moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du daraus wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar geht es heute um kaufbare tankstellen und so das ganze noch als free script und ich würde sagen wir fangen auch so direkt mit der installation an link wie immer unten in der video beschreibung einfach runterladen und einmal auspacken wie das gute stück da können wir einfach reingehen und können uns das ganze einmal hier auf den desktop ziehen hier müssen wir das minus main unbedingt weg machen und ja wir gehen jetzt in den und den ordner rein beziehungsweise in den resource ordner und ziehen einfach diesen ordner in den resource ordner kurz warten und jetzt kopieren wir uns schon den namen einmal hier raus gehen dann zurück gehen in die server cfg und müssen das ganze jetzt noch hier einfach starten mit in search leerzeichen und dann den kopierten ordnernamen hier eintragen speichern und dann sind wir damit auch schon mal durch jetzt gehen wir in diesen ordner und hier befindet sich noch eine sql und die kopieren uns raus beziehungsweise müssen wir nur uns hier einfach alles kopieren und müssen jetzt noch in die datenbank gehen das heißt wenn wir dann in der datenbank angekommen sind klicken wir einmal hier auf den namen und gehen dann hier einmal in die und fügen das ganze hier ein ja und müssen das ganze mit ok bestätigen somit haben wir die installation schon erfolgreich absolviert das heißt wir können auch schon den server neu starten kurz warten so 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 gut wenn wir dann angekommen sind an einer tankstelle beziehungsweise sieht das ganze hier auf der karte so mit grünen benzin kanistern aus und die haben wir hier überall auf der karte und jetzt haben wir die möglichkeit uns tankstellen zu kaufen hier habe ich so eine bereits gekauft das heißt beziehungsweise habe ich dir jetzt gerade erst noch mal neu gekauft ich habe das ja vorhin schon ausprobiert deswegen genau wir müssen die tankstelle kaufen hat ja auch sofort funktioniert und nun haben wir halt hier so das schöne menü und können das ganze jetzt hier ja uns angucken hier können wir zum beispiel die level auch ändern das heißt aber die sind teuer die müssen wir dann auch so können wir das halt nicht machen wir müssen halt erstmal kohle einzahlen ich glaube 100.000 pro level also pro erstes level glaube ich oder zweites level das können wir alles in der konfig noch halt angeben ja hier können wir dann kohle einzahlen oder auszahlen je nachdem wir zahlen jetzt kohle erstmal ein und ja haben den jetzt hier 50.000 drin und wir können das ganze dann auch auszahlen wenn wir es halt wollen wenn die tankstelle jetzt money halt so gemacht hat dann können wir das ganze auszahlen so hier können wir angeben beziehungsweise hier können wir uns so benzin holen und hier können wir uns so Benzinkanister holen das heißt wenn wir jetzt hier draufklicken das kostet halt auch alles Geld so das heißt wir holen uns jetzt erstmal nur 1000 und zack hat sich der LKW hier gespawnt und jetzt müssen wir erstmal Kraftstoff holen und hier müssen wir dann somit eh so das ganze bestätigen und jetzt geht es wieder zurück und müssen das ganze hier noch einmal in die Tankstelle machen laden so und jetzt haben wir auch schon Benzin in der Tankstelle können wir auch hier nachgucken oder an der Säule und zwar hier zack dann haben wir hier so das ganze ist jetzt auch schon komplett full ja und das gleiche können wir jetzt mit den Benzinkanistern noch machen wir können maximal 20 Stück lagern können wir aber auch alles noch erhöhen und dann haben wir hier auch schon wieder so das Fahrzeug und ja einfach einsteigen von A nach B so und nun ist hier vorne halt alles schon voll da und hier bezahlt jetzt der Kunde halt 50 dann für den Benzinkanister so der ist dann halt leer und wir müssen an der Tankstelle dann noch füllen ansonsten können wir hier noch den Preis festlegen und zwar hier haben wir gerade auch noch gesehen dass wir maximal das war das 10 und hier können wir nochmal den Preis festlegen für die Benzinkanister und hier können wir die äh wieder verkaufen die komplette Tankstelle ja so wenn wir jetzt ein Benzinkanister kaufen sieht das so aus dann wir bezahlen halt 50 und kriegen einen so Benzinkanister die sind dann halt komplett leer ne hier habe ich schon einen vollen und wenn wir das jetzt mal austauschen so so hatten ihn da rein so und den einmal raus ja das ist noch ein wenig komisch aber ja so E drücken und wir machen ihn voll ok und somit haben wir ihn jetzt auch hier voll ne und können jetzt ein Auto tanken wenn wir es wollen mit E gedrückt halten können wir halt das Auto jetzt voll tanken mit E gedrückt halten können wir halt das Auto jetzt voll tanken so ja und hier können wir auch sehen so der entleert sich halt auch können wir halt komplett alles halt sehen wenn wir es jetzt verschieben wollen können wir das natürlich auch machen wie wir es halt wollen ähm packen wir ihn halt einmal ein ja ist trotzdem eingepackt und ja haben dann jetzt hier fast zwei volle Kanister und hier haben wir die leeren und gut ja jetzt haben wir noch die coole Option wir können jetzt normal hier unser Auto voll machen mit Schlauch und so was ich natürlich ziemlich nice finde und zwar müssen wir hier rangehen dann sagen wir hier wollen wir tanken ja jetzt haben wir gerade keinen Schlauch machen das nochmal jetzt haben wir einen Schlauch und den müssen wir jetzt hier reinstecken und dann können wir mit so gedrückter E-Taste unser Fahrzeug dann voll tanken und wenn wir wieder loslassen weil wir wollen jetzt nur keine Ahnung 50% tanken dann haben wir hier zack und können das mit E dann wieder weg machen und zahlen dann auch gleich ja wer das hat ähm links so das blaue so das können wir auch ausmachen weil es macht ja keinen Sinn zwei Hats zu haben für die Benzinanzeige und so gut ich würde sagen so das war es auch schon wieder und wir gucken uns nochmal die config an und was wir da alles einstellen können ah ja da ist wohl was schief gelaufen gut dann gehen wir nochmal schnell in die config ja so die haben wir hier und hier können wir sagen ob wir das ähm ob wir ein Inventar von Ox haben haben wir ja somit haben wir das ganze hier auch auf True ihr könnt ihr halt alles mögliche einstellen blips an oder aus hier haben wir zum beispiel so die option wegen dem blauen hat so das würde ich halt ausmachen weil ich hab halt einen hat so dafür so das macht es halt sinn hier können wir die kmh ähm halt auch ändern anpassen ihr könnt hier halt alles anpassen hier auch die Spritpreise und wie viel wie teuer eine Standard Tankstelle ist und so weiter und so fort ja hier haben wir die Fuel Level und hier ist das gute hier haben wir Level 1 mit Level 1 starten wir hier und zwar können wir dann 20 Benzinkanister ähm lagern und wir können so und so viel Liter so Benzin also in die Tankstelle füllen mit Level 2 haben wir das Doppelte halt und somit könnt ihr euch das anpassen und ihr könnt hier noch mehrere ähm Level hinzufügen ja ja hier haben wir noch eine Fuel ja so damit könnt ihr halt rumspielen dann haben wir hier die Missionsziele wo sich die Orte befinden wo wir hinfahren müssen dann und hier haben wir die ganzen Tankstellen an sich ja so die Koordinaten und so den NPC wo der stehen soll das können wir halt alles komplett anpassen wie wir es halt wollen wir haben jetzt 27 Tankstellen ja und wenn ihr jetzt noch eine Tankstelle irgendwo anders habt auf der Insel oder so dann könnt ihr so da auch einfach eine Tankstelle hinzufügen und dann kann man die kaufen oder auch so benutzen ne gut hier haben wir die Möglichkeit alles übersetzen zu lassen und zwar die Notti Files ja so die halt immer eingeblendet werden und so wenn wir halt nicht so genug Geld haben pipapo ja hier haben wir auf jeden Fall auch noch was zum Übersetzen und hier drunter auch noch eine Menge da müsst ihr euch hinsetzen alles einmal übersetzen und dann passt das ganze schon und dann habt ihr das ganze auch auf Deutsch ja und mehr gibt es nicht zu sagen gut Leute falls euch das Video soweit gefallen hat sollte dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder haut da rein und und cha-cha